Einen wunderschönen guten Abend, guten Abend, auf jeden Fall Kevin, guten Tag und herzlich willkommen hier bei Happy Wheels. Ha ha ha! Ja, wir haben ja vor einiger Zeit mal Guts and Glory gespielt und da hab ich mal gesagt, vielleicht, bis das Spiel rauskommt, können wir vielleicht mal bei Happy Wheels vorbeischauen. Und da hab ich mir doch gedacht, heute ist ein sonniger Tag, sieht man vielleicht auch aus dem Fenster heraus, ähm, hab ich mir gedacht, schalten wir doch mal rein, gucken wir uns die Level mal an und sehen mal und schauen uns einfach mal an, was die Leute da so gebaut haben. Denn hier ist das Interessante nämlich, dass ganz viele Leute ganz viele Level gebaut haben, das könntet ihr auch selber machen, wie ihr zum Beispiel seht am Level-ED-Tor, also ihr könntet hier Level bauen. Und, ähm, wir werden das heute aber nicht machen, wir werden heute die geilen Level spielen, meine Damen und Herren. Wir werden den Shit droppen, wir werden in die Level reinjumpen, werden unsere Körperteile verlieren und werden das erleben, was wir uns immer gewünscht haben. Also, zumindest ich, ich hab mir schon immer gewünscht, Körperteile zu verlieren. Yay! Also, es ist wieder ein Spiel mit sehr viel Blut und sehr viel verlorenen Körperteilen. Und wie gesagt, wenn das jemand nicht aushalten möchte oder kann, der kann hier gerne abschalten, dann guckt er sich einfach ein paar Bilder bei Google ein. Googelt mal Kätzchen, kleine Babykätzchen, das hilft. Vielleicht auch mal gleichzeitig probieren, ist vielleicht eine schöne Kombi, äh, vielleicht aber auch nicht so. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Bros Levels, wir gucken uns erstmal an, ähm, was denn so die besten Level überhaupt sind. Also, man kann, wenn man ein Level gespielt hat, kann man es bewerten. Und, äh, was sind denn so die bestbewertesten Level in, äh, überhaupt? Also, die jemals gebaut wurden. Und hier sehe ich schon ein Level Slither EO. Ja, 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 da wollen wir doch gleich mal reinschauen. Aber was, was suchen wir denn? Ich mach mal, ich mach mal, ne, 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 stopp. Wenn das kein Schicksal ist. Alter, wenn das kein Schicksal ist. Wir spielen, oh, Slither EO, Snake O, Slither EO, Moe, Kololo. Alles klar, Freunde. Ich würde sagen, legt los, wir legen los. Am 7.9. oder am 9.7., ich weiß es nicht, wie die Datumsreihe jetzt ist, aber es ist wahrscheinlich auf Englisch vielleicht dann 9.7., ähm, wurde es gebaut. Wir schauen uns das Ganze mal an, zack. So, yo, Tipp. You need to jump on the snake, then jump to finish line. Oh, squishy. Guck mal, da haben wir ja direkt den Bon zu liegen. Okay, wir müssen also da drauf springen jetzt. Habe ich jetzt so verstanden. Ja, das ist auf jeden Fall super, Kevin, was du hier machst. Wir sind einfach auch eine Schlange. Wir sind einfach auch eine Schlange. Zack. Und jetzt? What the fuck? Ich würde gerne Restart machen. Okay, wir müssen aufpassen. Die Schlange ist ein bisschen aggressiv. Ich glaube, die hat schon öfter Slither EO gespielt, wie ich beim letzten Mal. Das kann ja... Ja, so kann man es natürlich auch machen. Boah! Alter, was geht denn mit der... Was ist denn das für eine Agro-Schlange? Was geht denn mit der? Ja, guck dir das schnell mal an. Die zerspringt ja in Teile und fügt sich wieder zusammen. Und was ist mit mir passiert? Meine Fresse, du. Okay, neuer Versuch. Alle guten Dinge sind drei. Zack. Nicht in die Luft gehen von Freude. Okay, jetzt müssen wir uns hier... Oh Gott. Vorsichtig, vorsichtig. Legen, legen. Embryonalstellung. Legen. Ja, so viel dazu. Ich versuche immer, die Level zu schaffen. Deswegen werde ich nochmal probieren, Freunde. Also ich meine, wir haben ja keinen Stress hier. Wir haben ja Zeit. Und wir haben ganz viel Spaß, unseren Körper irgendwie zu nötigen. Nein, vorsichtig. So muss man das machen. Das war alles vorher nur rumgeplänkelt. Alles nur Training, ein bisschen warm machen. Und dann zack, einmal rüber gejumpt. Und ich würde sagen, weil das Level so ganz toll war, das war echt toll, gebe ich fünf Sterne. Oh. Ja, dann gebe ich beim nächsten Mal fünf Sterne. So, weiter geht's. Ähm, ich würde sagen, wir machen wieder dasselbe Prinzip. Kann ich das irgendwie... Okay. Kann ich das wieder schließen? Sehr gut. Und ich würde sagen, ich mache mir die Augen zu und dann... Stopp. My Little War 2, Version 2. Es wurde schon 1,5 Millionen Mal gespielt. Also da kommt vielleicht was ganz Cooles rum. Und, ähm, der Autor hat kommentiert, Version 2. Dann weiß ich ja Bescheid. Danke. Okay, gucken wir einfach mal. Ich weiß überhaupt nicht, was auf uns zukommt. Da sind wir wieder. Dennis ist wieder da, meine Damen und Herren. Wir fahren wiederum mit dem Bike. Oh Gott. Oh Gott. Vorsichtig. Ganz vorsichtig. Oh, ein bisschen hubelig hier. Oh Gott. Ach du Scheiße. Fahren, fahren, fahren. Was wollt ihr denn? Ist ja süß. Was sind denn das für Dinger? Okay, wir sind wohl eher die Riesen hier in der Welt. Hallo, Freunde. Oh. Mini-Katapulte. Ist ja noch gar nichts hier. Kommt mal rum. Oh. Vorsichtig. Aufpassen, Dennis. Du hältst dich fest, ne? Da hier eine kleine Bridge. Eine Bridge. Was haben wir hier? Ein Zauberer. Hier ist ein Zauberer. Oh. Der Zauberer. Der Zauberer hat uns verzaubert, Mann. Aber wir haben überlebt, Mann. Wir haben über... Oh, Scheiße. Okay, die Kleinen werden schon stärker. Weg, weg, weg. Weg, Zauberer. Dennis, geht's dir gut? Ja, du siehst auf jeden Fall gesund aus. Vorsichtig. Äh, Dennis? Jetzt ist Dennis zum Katapult geworden. Macht nichts. Wir müssen die Welt erobern. Gemeinsam geht das... Was machen wir denn jetzt hier? Hab ich mir... Ne, ich hab mir nicht das Genick gebrochen, oder? Hallo? Toll. Okay, neuer Versuch. Ups, jetzt hab ich aus Versehen... Das passiert nämlich auch. Jetzt hab ich aus Versehen wieder umgeschaltet. So. Ganz einfach. Dann geht's weiter. Zack. Wir starten natürlich nochmal. Dennis und ich werden hier die Mini-Welt einnehmen. Da kann uns niemand dran hindern. Da können die kleinen Goblins kommen. Da kann der kleine Zauberer mit seinen Pfeilen kommen. Das ist scheißegal. Solange Dennis und ich durchhalten und zusammenhalten, wird das schon. Hier, Katapulte. Ist das süß? Das ist ja viel zu süß, Freunde. Hier, zack. Haut ab. Zack. So muss das sein. Jetzt hier über die Brücke. Matsche-Pampe. Zack. Jetzt kommt der Merlin wieder. Ronze. Ja, toll, Kevin. Alles gut. Das ist gut. Ist doch nicht so gut. Toll, Kevin. Ich probier's nochmal. Ich probier's nochmal. Ich bin ehrgeizig. Also das muss... Man darf ja jetzt nicht auch direkt beim ersten Mal aufgeben. Das ist ja auch scheiße. Dennis, du hältst dich fest. Dir geht's gut. Wir machen heute einen kleinen Ausflug ins kleine Mini-Wunderland, hab ich mir vorgestellt. Weil Legoland und sowas kennt ja jeder schon. Da können wir uns selber hier... Da können wir uns... Guck mal, hier ist richtig... Richtig Abenteuerspielplatz. Da können wir uns von Pfeilen beschießen lassen. Von Zauberern verzaubern lassen. So, jetzt müssen wir ein bisschen ausweichen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Alles geschafft. Dennis geht's gut. Mir geht's auch gut. Wir haben jetzt zwar ein paar Stöcker im Körper. Also ein paar Pfeile. Aber das macht ja nichts. So, vorsichtig. Dennis, du bist auf jeden Fall gut drauf. Ich merke das schon. So. Das ist schon mal gut. Jetzt kommt die Burg. Oh, vorsichtig. Ja, Dennis wehrt alles ab. Das ist mein Junge. Das ist mein Junge. Genau das habe ich dich gelehrt. So habe ich dich erzogen, mein Freund. Da ist der König, der König! König von der Klippe gestört. Was ist das denn für eine Elfriede? Aber scheiß drauf. Wir haben das Level geschafft. Wir haben das Level geschafft. Das zählt. Und ich würde sagen, wir legen direkt los und machen weiter. Wie gesagt, wenn ihr das findet, ob ihr das mehr sehen wollt, ob ihr da noch ein paar Folgen mehr zu sehen wollt, schreibt das gerne in die Kommentare, damit ich auch Bescheid weiß. Nicht, dass ich hier sitze und ihr denkt so, boah, was ist das für ein Pisser? Was spielt der da für eine Scheiße? Das wäre nicht so gut. Deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr da ein, zwei Röschen im Kommentarbereich hinterlassen würdet, liebe Freunde. So, wir machen weiter. Wir scrollen wieder ganz... Ne, wir scrollen mal hier in die Mitte. Stopp! Shoot yourself. Ja, das klingt ja sehr vielversprechend. What the fuck? Was macht der da? Hallo? Was muss ich machen? Was muss ich machen? Was muss ich... Ach so! Ich muss mich releasen. Okay, wiii! Spagat! Wo sind wir gelandet? Asta-Manager. Wir sind Asta-Manager. Alles klar. Aber das machen wir nochmal. Das geht noch besser. Wir verdienen jetzt 35.000 pro Monat. Das geht noch besser. Das geht noch besser. Mit einem schönen, eleganten Spagat schon mal gelandet. Okay. Dennis, halte ich fest. Das Blug fliegt einfach mit uns. Ich weiß nicht, was das heißt. Aber Dennis hebt schon die Arme in die Luft. Das muss heißen, er hat Spaß. So, drei, zwei, eins. Bumm! Komm, Dennis. Gib's mir. Spagat-Action! Was ist los? Was ist hier los? Warum? Guck mal. Mein Kopf rollt. Ich hab meinen Kopf auf Freude verloren. Äh, ich hör auf. Guck mal. Beim zweiten Versuch, dann ist doch 10 Millionen versiehen, wa? 10 Millionen. Wir haben ausgesorgt, Freunde. Ich weiß nicht, wo Dennis gelandet ist. Wahrscheinlich irgendwie im Hundetierheim oder so. Kann sein. Muss aber nicht. Ähm, Dennis geht's auf jeden Fall gut, denke ich mal. Hoffe ich zumindest. Vielleicht. Vielleicht meldet er sich ja mal. So. Nächstes Level. Also, ihr seht schon, es gibt verschiedene Level. Also, können verschieden, äh, aufgebaut sein. Pokeball Throw. Das ist... Keine Ahnung, was das heißt. Also, man muss nicht immer seinen Körper irgendwie zerreißen. Man kann auch irgendwas anderes machen. Das kommt darauf an, was die Leute gebaut haben. Aber ich würde sagen, ich scroll nochmal ein bisschen runter. Und mach wieder den Stopp-Finger. Stopp! Castle Siege. Castle Siege. Nee, hab ich jetzt nicht Bock drauf. Machen wir nochmal. Stopp! Ja, das waren wir ja gerade schon. Stopp! Ja, das war Fail, Kevin. Was machen wir denn hier? 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 Sword Throw. Fall, fall, fall. Machen wir ein Fall, fall. Okay, was müssen wir tun? Alles klar. Ich verstehe. Ich verstehe. Jetzt kommen wir dem Ganzen ein bisschen näher. Jetzt können wir nämlich selbst mal töten, meine Damen und Herren. Da fährt das Karussell der Toten. Oder der bald Toten. Und wir sind jetzt da ran. ran mit einem Schwert zu werfen. Upsa! Ja, perfekter Wurf. Upsa! Kevin, was machst du denn da? Upsa! Der hat gesessen. Ich glaube, der Typ, der steht hier... Oh. Ähm. Ja, das ist auch mal eine neue Stellung. Ups! Toll. Okay, das machen wir nochmal. Ich muss mich erstmal einwerfen. Ich wusste ja nicht, wie schwer die Schwerter sind, ne? Deswegen, äh... Müssen wir das erstmal ein bisschen gucken. Uah! Entschuldigung, Manfred. War nicht meine Absicht. Äh, okay. Eigentlich wohl, aber... Oh! Ein Elf und den Opper noch mit. Nice. Den Touristenfriedhelm. Oh. Fass den Center. Komm, Center. Ach, scheiße. Center sitzt auch einmal auf dem Klo. Ups. Klick die Schuhe. Wir können auch unsere Waffen. RPG. Da bin ich doch dabei. Hä? Wie können wir die denn nehmen? Ach so. Okay. Okay. Interessant. Interessant. Machen wir nochmal 10 Schwerter. Und das sind eher so die Laserschwerter. Oh, ich mag diese Level total, ey. Zack. Ja. Alles klar. Ähm. Ups. Och, den alten Penner. Einmal mal eben kurz. Ähm. Blitzkrastriert. Och, das ist jetzt aber nicht so gut hier. Ich krieg das Schwert nicht mehr in die Hand. Uah! Ja, die Toilette, wo keiner mehr drauf sitzt. Ich glaub, das Schwert musste kacken. So, den Robot. What the fuck? Was müssen wir machen? Hold the wheel to... Ach so. Ja. Was müssen wir machen? Wie kommt der denn... Wie kommt der denn wieder hoch? Move arm up. Ich krieg den Arm nicht mehr auf den Weg, ne? Haben wir das Ding jetzt in der Hand? Okay, das ist nicht so geil. Machen wir lieber die Pistole. Ja, das ist der Roboter, aber die ganze Zeit da drin, oder was? Nein, ich will den... Haben wir den jetzt oder nicht? Ich versteh das nicht. Ist das komisch. Ist das komisch. Was ist hier los? Okay, ich will Schwerter werfen wieder. Wir halten den die ganze Zeit fest mit unseren Armen hier. Irgendwie. Okay. Das läuft gerade nicht so. Also, ne. Ist nicht so geil. Also, da nehme ich wie lieber was anderes. Da bin ich auf jeden Fall selbst ein bisschen... Machen wir Pogo Jump. Pogo. Pogo Jump. Machen wir Pogo Jump. Das ist doch schon was Schönes. Ein bisschen entspannter hier. Zack. Wir müssen nämlich diese Dinger überhüpfen. Also, ihr seht schon, es gibt verschiedene Charaktere. Genau wie es bald auch verschiedene Charaktere bei Guts and Glory ergeben wird. Also, da habe ich übrigens sehr gefreut, dass ihr das gefeiert habt. Ich habe das nämlich auch gefeiert. Also, vor allem da mit Dennis ein bisschen den Dennis Weh zu tun und so. Das war schon sehr schön. Da bin ich auf jeden Fall gespannt, wenn dann die Vollversion erscheint. Da werden wir auf jeden Fall reinschauen. Da werden wir auf jeden Fall vorbeischauen, liebe Freunde. Upsala. Upsa. Und... Chuck Norris und PewDiePie ist die letzte Stage. Alles klar. Ähm, dann würde ich sagen, nehmen wir unsere ganze Konzentration zusammen und... Uah! Okay. Chuck Norris haben wir gepackt. Easy sogar. Und jetzt PewDiePie. Komm, PewDiePie. Komm, PewDiePie! Jawohl! Ähm, unser Kopf ist irgendwie... Äh, hä? Wie geht das denn? Spiel, das ist nicht realistisch. Hallo? Wir sind mit unserem Kopf in die Stange reingerutscht. Ich will nicht Fußball spielen, Mann! Okay. Das hat keinen Sinn. Wie kann man denn mit seinem... Da... Nee. Das macht keinen Sinn. Aber wisst ihr was? Das macht ja nichts. Wir machen das einfach nochmal hier. Zack. Ja. Hätte sich das auch erledigt. Okay. Machen wir mal was anderes. Wir können gleich auch die Sortierung noch ein bisschen ändern. Dann kriegen wir noch ein paar andere Level. Also keine Sorge. Da gibt's genug. Da gibt's genug. Ähm. Happy Wheels War. Make a Face. Was ist denn Make a Face? Was ist denn Make... Here it is finally. The long-arrayted secret to my original face maker is finally here. This one has lots of new features you can add to the face. Also shadows have been added to the eyes, mouth and hair styles. There is some funny items available safe. Okay. Ähm. Was auch immer wir jetzt tun müssen. Ich hab keine Ahnung. Wir haben ja einen geilen... Was ist das? Hä? Okay. Warte mal. Step. Skin Color. Okay. Was machen wir denn da? Sollen wir mal so ein Simpsons Ding machen? Wir machen mal Simpsons Dennis. Ja. Wir machen Simpsons Dennis. So. Warte. Dann müssen wir hier einmal. Zack. So. Simpsons Dennis. Please go slowly. Step two is hair. Okay. Was hat der Dennis denn für Haare? Was hat der denn für Haare? Ich glaube, das ist... Ich glaube, beim letzten Mal, als ich den gesehen hatte, hatte der tatsächlich diese Frisur. Machen wir mal den hier. Ich glaube, das müsste seine Frisur gewesen sein. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, dann habe ich richtig gewählt. So, die Augen. Das ist natürlich auch nicht so einfach. Aber ich glaube, beim letzten Mal, als er mir in die Augen geschaut hat, sah er so aus. Also sahen die Augen so aus. Ich bin mir aber noch nicht so sicher. Aber ich glaube, ich... Doch, ich bin mir schon ganz sicher. Nose. Ja, da sollte man vielleicht mal die Nase sehen. Ähm. Der hat so eine kleine Skuppskrüppelnase. Das ist sowas hier. Äh. Zack. So. Und jetzt der Mund. Der lächelt eigentlich immer. Nur sind da dann meistens nie Zähne drin. Ähm. Ähm. Ach nee, das war ja bei mir. Stimmt. Was machen wir denn da? Ach stimmt, die Zunge hängt immer raus. Klar. Klar, die Zunge hängt beim Dennis raus. Natürlich. So. Step 6. Feschel her. Ja, Bart hat er nicht. Zumindest habe ich keinen gesehen. Lassen wir den mal weg. Bart ist nicht so... Ist nicht so seins. Ist nicht so seins. Ist auch nicht so meins. Ähm. Upsala. Was kommt jetzt? Brille? Hat der nicht? Nee, Brille hat der eigentlich nicht. Brille hat er eigentlich gar nicht. Nee, nee, nee. Doch, der hat eine Brille, aber die trägt der nicht so oft. Machen wir mal... Machen wir mal nicht. Machen wir mal ohne Brille. Heute ohne Brille, ja. So, was kommt jetzt? Please wait 5 seconds. Thank you for playing my level. You should check out. Thank you for creating me. Don't forget to save your replays. Ja, das ist auf jeden Fall Dennis. Ich habe Dennis kreiert. Das ist 1 zu 1 Dennis. Also, ich weiß gar nicht. Ähm. Ne? Also. Ja. Tschüss Dennis. Mach's gut. Ach du Scheiße, ey. Ja gut, ich würde sagen, für die erste Folge wäre es das mal wieder gewesen. Hier haben wir noch den Tobi. Ähm. Und, ähm. Es hat mich gefreut. Ich hoffe, euch hat es auch gefreut. Und dann sehen wir uns, wenn ihr wollt, in der nächsten Folge wieder. Ich werde jetzt erstmal ein paar Völkchen machen. Und, äh. Dann kann ich auf eure Kommentare eingehen. Wisst ihr ja, wie das abläuft. Ist ja immer dasselbe, ne? Und, ähm. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und dann sehen wir uns, wie wir morgen wieder. Wenn es dann wieder heißt, eine neue Runde Happy Wheels. Und was auch immer auf uns zukommt wird. Ich freue mich. Und wir sehen uns. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017